Meine aktuelle Fußverletzung hat mich natürlich nicht komplett davon abhalten können, ein wenig zu zocken. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass vor wenigen Tagen Sonic Superstars endlich erschienen ist. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe mich schon lange darauf gefreut, weil ich ein großer Sonic-Fan bin. Vor allen Dingen aus der 16-Bit-Ära, damit bin ich aufgewachsen. Ich liebe also den 2D-Sonic, wie mir die bisherigen, ich sage mal so circa 2 Stunden gefallen haben, nachdem ich 5 Zonen geschafft habe. Das sage ich euch jetzt. Servus ihr Lieben und schön, dass ihr reingeklickt habt. Ich habe es vorhin im Intro ja eigentlich schon durchklingen lassen. Sonic, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich werde immer einen Platz in meinem Gaming-Herzen haben, weil ich damit einfach aufgewachsen bin. Und ja, wie schlägt sich Sonic Superstars für mich nach circa 2 Stunden? Ich habe, wie gesagt, 5 Zonen hinter mich gebracht. Habe kurz die Time Attack quasi getestet. Habe auch ganz kurz mal den Multiplayer-Modus getestet. Aber zuallererst einfach schon mal so mein Ersteindruck als Gesamturteil bis hierhin. Ich bin durchaus sehr angetan. Das Spiel hat zwar gewissermaßen auch seine Schwächen, die neu hinzugekommen sind. Also für mich persönlich als Sonic-Fan der ersten Stunde ist es einfach so, es spielt sich genauso wie früher. Es fühlt sich wirklich genauso wie früher an, nur eben in richtig hübsch und modern. Weg von dem Pixel-Look. Der war für mich auch vollkommen okay in Sonic Mania. Aber ich bin einfach froh, dass man sich davon endlich mal gelöst hat und wirklich was Frisches und Modernes hinbekommen wollte. Und das ist den Entwicklern wirklich sehr gut gelungen. Natürlich muss man mit den typischen Problemchen quasi kämpfen. Auch der größte Fan muss zugeben, vom Level-Design ist Sonic immer ein bisschen schwierig. Weil das Spiel legt es natürlich immer darauf an, auch mal wirklich flott unterwegs zu sein. Und dadurch entsteht automatisch hin und wieder ein bisschen Trial and Error. Aber ich finde das nicht so schlimm. Und in dem Fall sowieso nicht, weil anders als früher hat man hier keine begrenzte Lebenszahl. Also man kann so oft sterben, wie man will quasi, egal wie oft man irgendwo in den Abgrund fällt oder vor den gleichen Gegner rast, ohne Ringe zu haben. Man resettet einfach am letzten Checkpoint und kann das Level einfach fortsetzen. Wie gesagt, egal wie oft man scheitert. Und das ist in der Hinsicht natürlich ganz gut, weil der Frustrationspegel ist dann, der schlägt nie allzu weit aus, finde ich. Das ist aber auch so die einzige Kritik, die man aber auch von Anfang an eigentlich an Sonic haben könnte. Es gibt genug Momente, wo die Level auch dich quasi so ein bisschen, ja nicht dazu zwingen, aber das fördern, dass du auch mal abbremst. Dass du auch nochmals ein Stück zurückläufst. Auch mal guckst, okay, hier könnte ich eine andere Ebene erreichen. Und da oben habe ich schon gesehen, da ist irgendwie ein riesen Ring oder eine Medaille. Und diese großen Ringe, wenn man durch die durchzischt, dann landet man in dieser Special Stage, in der man die Smaragde, also die Chaos Emeralds einsammeln kann. Und alle Chaos Emeralds haben jetzt auch als Neuerung eine besondere Fähigkeit, die man damit freischaltet. Und da bin ich dann bei einer Kritik, die ich bis hierhin sagen muss. Ich habe zwei Chaos Emeralds geschafft einzusammeln in der Zeit. Habe also zwei Fertigkeiten und ich muss wirklich sagen, die sind zwar ein nettes Gimmick, aber so richtig sinnig finde ich sie nicht. Also, oder sagen wir mal nötig. Also, das Spiel spielt sich halt wie immer. Und das ist wie so eine Dreingabe, die man im Notfall mal nutzen kann, aber ich vergesse die auch meistens. Und ich muss wirklich sagen, bisher habe ich den richtigen Nutzen dieser Spezialattacken sozusagen noch nicht erkannt. Das ist so eine dezente Kritik, die ich äußern muss. Ja, es kann vielleicht ein bisschen den Wiederspielwert erhöhen, vor allem mit den späteren Fertigkeiten, wenn man dann Wasserfälle hochlaufen kann sozusagen als Sonic, um dann neue Ebenen zu erreichen. Aber ganz ehrlich, das sind dann Sachen wahrscheinlich, wenn man einfach dann Tails nimmt in dem Level, dann kann man einfach hochfliegen. Also, ich behaupte mal, einen richtigen Mehrwert werden diese speziellen Fähigkeiten nicht geben. Davon abgesehen aber, hat sich eigentlich nicht viel verändert am gesamten Gameplay. Wie gesagt, Sonic und die anderen auch spielen sich alle schön flott, spielen sich alle leicht unterschiedlich. Jeder hat so seine Spezialmanöver. Tails kann halt fliegen, Knuckles kann gleiten und an Wänden hochlaufen. Und Amy kann mit ihren Hammer schlagen und damit Gegner vor sich einfach wegprügeln, was eigentlich ganz nice ist. Und sie hat sogar so einen Doppelsprung. Also, man kann in der Luft, wenn man den höchsten Punkt erreicht hat, nochmal auf X drücken und kann einen noch höheren Punkt damit erreichen. Das ist auch nicht verkehrt. Und so spielen sich alle ein bisschen anders, aber nie so sehr, dass man das Gefühl hat, ein ganz anderes Spiel zu spielen. Also, es sind dezente Änderungen, aber jedes Level ist dementsprechend mit jeder Figur vernünftig spielbar, sage ich mal. Und ansonsten bin ich auch mit dem Level-Design größtenteils zufrieden. Das Schöne ist halt, dass alle Level neu gemacht wurden. Das heißt, wir haben hier, anders als bei Sonic Mania, keine recycelten Level. Und das kann ich auch bis hierhin bestätigen. Naja, bis auf die Tatsache, dass natürlich ein bisschen Recycling in der Hinsicht passiert, dass es wieder mal ein Casino-Level gibt. Wieder mal ist das erste Level so ein typisches sonniges, palmenmäßiges Level, ja, mit grünen Wiesen. Und auch schon ein Wasser-Level habe ich gehabt. Aber das sind so typische Level-Ideen, die man immer schon verarbeitet hat. Aber es gibt keine direkte Kopie eines bereits in früheren Spielen verwendeten Levels. Und das finde ich halt ganz cool, weil es fühlt sich dann jedes Level wieder ein bisschen einzigartiger an. Mittelmäßig begeistert bin ich auch vom Soundtrack. Ich muss sagen, der ist nicht verkehrt, aber er haut mich auch noch nicht so wirklich um. Ähm, das kann natürlich ein bisschen an der Nostalgie liegen, weil für mich kommt einfach nichts an die originalen Soundtracks ran. Wenn ich an Sonic 2 und vor allem auch Sonic 3, Sonic & Knuckles denke, äh, auch Sonic CD teilweise, das sind einfach die geilsten Sonic Soundtracks gewesen. Mehr oder weniger, ähm, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Aber das war schon wirklich klasse, was damals geliefert wurde. Und hier haben sie versucht, einen ähnlichen Soundtrack zu produzieren, der sich so ein bisschen einreiht, der sich anfühlen soll wie früher. Und das gelingt auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn man diese Nostalgie, diesen Nostalgie-Faktor mal außen vorlässt, dann, ja, habe ich irgendwie auch noch nicht so einen richtigen Banger gehört. Ja, irgend so einen Soundtrack, wo du wirklich sagst, ey, das kriege ich nie mehr aus dem Kopf. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Aber ich bin noch nicht komplett enttäuscht, das muss ich wirklich sagen. Ich habe ja, äh, schon viel erlebt in der Geschichte der Sonic-Spiele und von daher, der Soundtrack ist in Ordnung. Wenn auch jetzt, bis jetzt zumindest nicht bahnbrechend. Ansonsten noch ein paar Worte zur Optik und zur Technik. Technisch bin ich generell sehr, sehr zufrieden. Wir haben konstante 60 Bilder pro Sekunde. Äh, läuft immer geschmeidig, ist noch nicht einmal abgestürzt. Also klar, waren erst jetzt locker zwei Stündchen, aber dennoch. Ähm, auch sonst Probleme oder Bugs, Glitches, ist mir alles nicht aufgefallen. Das finde ich schon mal sehr, sehr lobenswert. Und ich habe es vorher auch schon durchklingen lassen. Ich möchte es aber nochmal sagen, ich bin optisch wirklich sehr zufrieden. Ja, nicht jedes dieser fünf Level hat mir schon gleich gut gefallen. Aber auch da natürlich ein bisschen Nostalgie. Aber wenn ich einfach an das erste Level denke und alles sieht so aus, wie man es immer kennt aus einem neuen Sonic-Spiel. Im ersten Level, wenn man das Spiel zum ersten Mal startet. Und da kommt einfach Freude auf, muss ich sagen. Die Level sind generell schön bunt und einfach hübsch gestaltet. Die Figuren ebenfalls super geschmeidig. Die Bewegungen, Animationen sind allesamt richtig toll. Auch die Gegner sind schön designt. Also das passt schon auf jeden Fall. Da ist auch immer wieder eine Hommage von früher mit dabei. Also es gibt zum Beispiel diese Fledermaus-Gegner, die es so auch schon bei Sonic 1 mal gegeben hat. Also viele Gegner kehren auch einfach wieder. Es sind aber auch sehr viele neue Gegner dabei. Das einzige, was mich sowohl, ich sag mal, teilweise optisch als auch Gameplay-technisch auch noch nicht ganz umgehauen hat, waren eben die Bosskämpfe. Da habe ich auch schon, ja, langweiligere gehabt. Aber nicht jeder dieser Bosskämpfe war wirklich toll und spannend inszeniert. Aber ich finde, wenn ich ehrlich sein soll, auch die Bosskämpfe waren in den Sonic-Spielen auch selten ein Highlight. Also von daher, da kann ich auch ein Auge zukneifen. Dann abschließend noch ein paar Worte zur Time-Attack und zum Battle-Mode. Time-Attack habe ich einmal kurz getestet, habe einfach das erste Level genommen, weil ich das bis dahin sogar schon zweimal gespielt habe. Dachte, komm, vielleicht kriege ich da eine ganz geile Zeit aufgestellt. Hat mich sofort motiviert, die Zeit nochmal um ein bis zwei Sekunden zu verbessern. Die Idee, dass das einfach nur im Fokus steht, super schnell von A nach B zu huschen, das finde ich nicht verkehrt. Da hat man vielleicht so eine kleine Zusatzmotivation und so ähnlich sieht das mit dem Battle-Mode aus, meiner Meinung nach. Denn das ist eine nette Dreingabe, aber das könnte auch in der Hinsicht ein Problem sein, denn auch das ist eine Sache, mit der Sega halt viel geworben hat. Dass man großen Umfang bekommt, dass man Battle-Mode bekommt für bis zu vier Spieler, online sogar für bis zu acht Spieler. Und auch der reguläre Story-Modus ja mit bis zu vier Spielern an einer Konsole spielbar ist. Und das sind alles tolle Ideen auf dem Papier, aber spielerisch mittelmäßig. Also vor allen Dingen im regulären Spiel, also im Story-Modus, da funktioniert das so ähnlich schlecht wie damals, weil einfach das Spiel, wie soll ich sagen, bremst den schnelleren Spieler nicht aus und sagt, nee, du musst jetzt hier stoppen und auf den anderen warten, sondern wenn man einfach davonläuft, dann folgt dir irgendwann die Kamera und der langsamere Spieler sozusagen, der gerade noch, keine Ahnung, irgendwo Ringe einsammeln wollte, der hat das Nachsehen und verschwindet kurz aus dem Bild und kann dann per Tastendruck einfach wieder ins Bild geworfen werden. Das wurde charmant gelöst, aber das macht halt mittelmäßig Spaß. Also klar, man kann es dann auch mal zu zweit spielen, man kann versuchen, so kooperativ wie möglich zu zocken, aber so richtig gut funktioniert das nicht. Stört mich persönlich aber gar nicht, weil ehrlich gesagt, Sonic sollte eigentlich immer ein Singleplayer-Spiel sein. Trotzdem der Battle-Mode eine nette Zugabe, aber auch da wage ich zu bezweifeln, dass das irgendwas ist, was Sonic-Fans lange an dem Bildschirm fesselt. Also man spielt Sonic einfach meistens alleine oder vielleicht im Wechsel kann man die Level mit einem Freund oder mit einem Familienmitglied spielen, aber keine Ahnung, da bin ich noch nicht so ganz schlüssig, ob dieser Battle-Mode wirklich nötig ist, aber ich sag mal so, Schaden tut er halt auch nicht. Und dementsprechend, langer, kurzer Sinn, das könnte durchaus eins der, eine der besten Sonic-Erfahrungen der letzten Jahre für mich sein. Wobei man muss natürlich dann auf diese Art von Plattformer stehen und auf dieses 2D-Erlebnis, denn ich weiß, dass viele auch durchaus viel Gefallen an Sonic Frontiers gefunden haben. Ich persönlich wurde damit niemals warm. Ich finde, das ist ein relativ schlechtes Sonic-Spiel. Das liegt aber auch daran, dass 3D-Sonic-Spiele bei mir einfach einen schweren Stand haben, weil das funktioniert für mich einfach nicht so gut, weil Sonic lebt durch das hohe Tempo und das wird selten vernünftig transportiert in solchen Spielen. Da hat Sonic Frontiers schon einen ganz guten Job gemacht und vielleicht mal gucken, was die Zukunft bringt, aber ich finde, das funktioniert in so einem 2D-Sonic einfach besser. Und hier macht Sonic Superstars fast alles richtig. Das bietet so ähnlich wie Sonic Frontiers für die 3D-Fans sozusagen, bietet auch Sonic Superstars für die 2D-Fans einfach eine sehr gelungene Basis. Das kann ich jetzt schon sagen. Ein Fazit wird aber auf jeden Fall noch kommen. Und ja, dann werden wir sehen, wie die finale Wertung aussieht. Bis hierhin bedanke ich mich aber erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und als Schlusswort möchte ich sagen, wenn ihr so einen klassischen Sonic gerne mal wieder spielen wollt, aber mit einem modernen Look, dann, so viel sei schon mal gesagt, kann ich Sonic Superstars auf jeden Fall jedem empfehlen, weil trotz der leichten Kritik, die ich habe, ist das insgesamt schon mal auf jeden Fall ein echt gutes Sonic Spiel.